Ich bin Julia Windischbauer, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Linz in Oberösterreich, bin jetzt hier neu im Orsonville, dem Enno, habe an der Otto-Falkenberg-Schule in München studiert, habe jetzt gerade abgeschlossen und wir befinden uns jetzt quasi in den Endproben von Maria Stuart in der Regie von Anna Lenk. Ich bin Enno, wie schon gesagt, Enno Trebs, bin 25 Jahre alt, komme hier aus der Nähe von Berlin. Ich habe auch in Berlin studiert, genau. Und ich bin auch am Start bei Maria Stuart. Und wen spielst du? Ich spiele Lord Burleigh. Und wen spielst du? Elizabeth. Lisbeth, Lizzie, Elspeth. Mit diesem Bühnenbild, das hier eben so unterteilt ist, sodass man sich zumindest visuell gar nicht begegnen kann, sondern immer nur mit dem, was man spricht, mit seinen Gedanken und das, was man von dem anderen sozusagen mitbekommt. Ja, und dadurch, dass eben quasi jeder und jeder ihren seinen eigenen Raum hat und man sich nicht sieht, ist man auch irgendwie noch viel mehr darauf angewiesen, genau zuzuhören und genau auch durch die Wände hindurch. Klingt doof, aber das wie zu fühlen, wie geht die andere Person oder wie füllt der Kollege, die Kollegin gerade diese Pause und so und sich darauf irgendwie einzustellen und darauf einzugehen. Das ist wahrscheinlich die Kür, dass so eine Art von Synchronität entsteht, beziehungsweise einem Zusammenspiel, das eben nur von diesen Impulsen und von so einer Wahrnehmung der Situation gelenkt ist und nicht so sehr von dem, wirklich dem, was man da sieht, sondern nur von einer Gemeinschaft in dieser Szene und in dem Konflikt. Ja, und auch apropos Konflikt, weil ja das Stück total aufgeladen ist, dass Elisabeth und Maria wahnsinnig, also Maria als Protagonistin, Elisabeth als Antagonistin, die Böse, die irgendwie die Intrigen treibt und die irgendwie was Schlechtes will, dass man versucht, dass man das irgendwie anders auflädt und sagt, wie ist das, wenn sich zwei Frauen, die irgendwie eh alleine sind in diesem ganzen königlichen Staat und irgendwie ist ja auch besonders, dass Frauen irgendwie an der Herrschaft sind, dass die sich nicht mit Hass begegnen und nicht nur mit, dass man sich etwas Negatives gegenseitig will, sondern dass man eine Faszination aneinander findet. Dass wir uns ja nicht sehen und quasi nur hören und dass ja dadurch, dass wir auch neu im Ensemble sind und die KollegInnen vielleicht auch noch nicht kennen als SpielerInnen, was die so für ein Repertoire haben oder was für Spielarten die anwenden, dass man sich da so drauf einlassen darf, wer welche Farbe damit reinbringt und man sich da so ein bisschen immer abgleichen kann. Aha, ist es für mich jetzt diese exaltierte Spielart oder so? Oder ist es für mich etwas Psychologisches? Ist es, wie man da irgendwie zueinander kommt? Wie geht es dir damit da? Also ich finde es spannend. Ich sage mal, was ich spannend daran finde, ist auf jeden Fall, dass ich hier sechs verschiedene Menschen höre, wo man dann doch merkt, dass man mehr aus der Farbe der Sprache wesentlich mehr sich vorstellen kann, was das jetzt für Figuren auch sind. Also es liegt gar nicht so fern. Ich glaube, man überschätzt fast so ein bisschen sein Auge. Eines meiner Lieblingszitate ist irgendwie sehr schwer, sich dafür was zu entscheiden. Wäre die Textstelle im zweiten Akt, wo ich mit jemandem spreche, der mich irgendwie verheiraten möchte. Und es ist ja für diese Figur und für mich als Mensch so wichtig, dass als Frau man nicht nur Wert erlangt, dadurch, dass man irgendwie verheiratet wird oder Kinder bekommt. Und in der Szene sagt Elisabeth dann, wohl weiß ich, dass man Gott nicht dient, wenn man die Ordnung der Natur verlässt. Doch eine Königin, die ihre Tage nicht ungenützt in müßiger Beschauung verbringt, die unverdrossen, unermüdet die schwerste aller Pflichten übt, die sollte von einem Naturzweck ausgenommen sein, der die eine Hälfte der Menschheit der anderen unterwürfig macht. Wollten zum Schluss auch noch mal sagen, dass wir in dieser Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt haben, trotzdem, wir sind alle da. Wir spielen sehr gerne und wir spielen sehr gerne für euch und freuen uns über jeden, der am Start ist. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020